So und schon, das bleibt es mir schon mit einer Redmine-Kraft. Jump League mit... Hi. Alles klar. Ohne Link. Und? Komm, mach's richtig. Sorry. Ich hab' noch eine Rückmeldung. Exakt, Titus. Und, ja, wir spielen. Ich hab' keine Ahnung, auf welcher Map, weil ich nicht der Partylieder war. Kannst du uns das beantworten, Titus? Nö. Junge. Kriegst du heute irgendwas auf die Reihe? Nö. Dich hab' ich gar nicht gefragt. Achso, das war jetzt grad' ne Frage. Ja, das war ne Frage. Ach. Ne. Was ist mit euch los? Jungs. Jungs. Und ich hab' ein Text-Repack am Start, was eher selten der Fall ist. Und da kommt, beschwert euch instant, denn das ist das von GLP. Ich geb's zu. Aber irgendwie find ich das cool. Ich mag das. Ihr habt wahrscheinlich noch keine Brustplatte, vor allem Link nicht. Beziehungsweise, nee, er heißt ja gar nicht mehr Link. Halt, stopp. Nicht mit Unilink, sondern mit Ken. Kaku, ja. Ähm, äh, ja, ihr habt's ja gehört. Also. Kaku, K, ach, was weiß ich. Da und da, Tab, seht ihr's jetzt. Äh, nicht mal der Letzte, wow. Ja, es geht sehr oft sehr viel schlechter. Ja, ich war grad der Letzte noch. Nein, ey, ich komm auch nicht mehr weiter. Ich bin der Letzte. Mann, ich bin immer noch bei Modul 1. Ich werd bei Modul 3 bleiben. Ey, Digga, ähm, warte mal. Ente. Was? Der eine Typ, ich feier den, der heißt Kartoffel-Häcksler. Ich komm nicht weiter. Ich wär bei Modul 3 und verkacke teilweise den ersten oder zweiten Sprung. Okay. Hä, ich versteh nicht, wie kommt man hier weiter? Gar nicht. Warum? Letzter, äh, letzter Sprung. Hä, was? Letzter Sprung. Und wer knistert da mit seinem Mikro rum? Ich nicht. Alles klar. Das ist eine Background-Person, ihr müsst sie nicht kennen. Wie hab ich das geschafft? Was war das denn für ein Bug? Lol, wie einfach den... Alter, man kann sich den Sprung ja viel einfacher machen. Viel, viel einfacher. Alter, das ist ein Abfuck... Was ist das für ein Abfuck-Modul? Das geht einfach ewig lang und hat nur so hässliche Zaunteppichsprünge. Und ich feier den, ey. Also das wird eine grausachen Runde. Ich hab zwar schon volle Rüstung, aber gut. Das lassen wir mal aus. Ich hab Goldbrust. Und? Hat Titus schon eine Goldbrust? Nein, hat er nicht. Hast du schon eine Goldbrust-Klatsche? Oder generell... Ja, es gibt eigentlich nichts Schlechteres als Goldbrust. Okay, gleich bin ich da. Checkpoint! Oh, endlich. Das Modul war ja echt schlimm. Bin gerade eben genau vom Checkpoint runtergefallen. Ganz viele Ersteller machen den Checkpoint-Sprung dann sausschwerig. Ich bin auf dem Checkpoint drauf. Ich bin auf dem Checkpoint drauf. Ich bin auf dem Checkpoint drauf. Dann bin ich unten. Mann. Ich hasse. Ich liebe es. Dieser Spielmodus vereinigt irgendwie alles, was ich hasse. Jump'n'Runs und PvP. Was bleibt denn bei dir bei Minecraft übrig? Singleplayer oder was? Warum? Dann bist du beim Master Builders richtig. Aber das frisst leider so viel an generell allem, dass das nicht möglich ist auf meinem Kanal. Kein Zufall, werden wir unsere Sachen immer am schlechtesten und scheiße finden. Na ja, immer das, was wir alle am schlechtesten fanden, außer dem, der es eben gebaut hat, das gewinnt dann auch irgendwie immer. Ja, mein, meine Käse, mein Käseschneider. Das ist doch mega scheiße. Ah ja. Wenn du mal den Rest angeguckt hast. Wenn du mal den Rest angeguckt hast. Der Rest, eben ist jetzt das Derpy Chicken gewesen. Da könnt ihr nichts sagen. Ja, das gewinnt eh immer. Mein Käseschneider war besser. Mein Käseschneider war besser. Ne, also wenn du mal wieder mit dir was ist, wenn du ein Derpy Face einbauen kannst, mach ich, du hast gewonnen. Oh Mann, aber ich habe jetzt schon mal eine Eisenachs. Ey, nein! Chicken Derpy Face gewonnen. Ups, da sollte ich vielleicht nicht langspringen. Dann kam das Thema King und natürlich unser Ken und ein paar andere haben natürlich gefaked, weil in der Runde davor schickte Face alle nach, keine Ahnung, aber da haben es einfach alle nachgemacht. Das war auch traurig. Ja, und dann wurde es wahrscheinlich richtig runtergebaut, gell? Nein, trotzdem war meins noch das Original. Alle haben das Derpy Face irgendwie falsch gemacht. Ich war am Ende trotzdem prünkt. Was hat weht? Modul 7. Nice. Modul 1. Easy. Und du hast trotzdem eine Rüstplatte? Ja. Läuft bei dir. Und ein Holzschwert. Wow. Und sechs Rottenfleisch. Das ist nicht so wow. Ich habe auch nur drei Äpfel. Oh, okay, ich habe noch zwei gebratene Fleisch und sowas. So ein Cheat halt, ne? Hat man halt immer so. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich zusammen mit euch wirklich Jump League aufnehme und hochlade. Ach. Wie eine gute Waffe. Zaunsprünge. Sind asozialer denn keine Zaunsprünge. Ja, anfangs sind halt nicht, ne? Weißt du, ich frage so, habt ihr schon irgendwie eine gute Waffe? Ja, ich habe eine Eisenachs. Warte, ich bei Modul 8 vielleicht gleich bin. Ja, in der 1.9 wäre das jetzt okay. Bei mir hat die Welt gerade nicht richtig nachgeladen. Tut mir leid. Kann ich aber nichts für. Ja, aber wir sind nicht. Ich habe einen ganzen Diamant. Hast du gerade eine 1.8 gesagt oder eine 1.9? Egal. 1.9. Nein. Alter, aber ich kann das Modul jetzt viel besser, nachdem ich drei Minuten das Witzelang habe. In der 1.9 ist deine Holzachs schon so stark wie ein Diaschwert. Oh, nein! Oh, Mann! Ich sehe schon, das Deathmatch wird richtig katastrophal, auch von der Codierung meines Videobus her. Tut mir leid, aber meine Festplatte schreift leider nicht mehr als, keine Ahnung wie viel. Ich glaube, 16 Megabyte. Wenigstens bin ich nicht der Einzige, der noch bei Modul 1 hängt. Wer denn noch? Hannopo. Ich habe gerade gedacht, er macht die AFK-Challenge, aber dann hat er sich doch wieder bewegt. Challenge. Achievement, halt. Ist auf jeden Fall eine Challenge. Komm! Alter, Modul 8. Kann man auch wieder so... Das sind so Kackkuchen. Die Kuchen haben echt Kackfarbe in diesem Textrapack. Das muss ich aber ein bisschen rauspatchen. Kackbraun. Jan, hast du schon eine Eisenachs? Nein! Oh, nee, jetzt bin ich hier stehen geblieben. Geil! Meinst du jetzt, nein, du hast keine Eisenachs, oder? Nein, du bist runtergeblieben. Ich habe den Schwung geschafft! Ja! Und noch eine Eisenachs und einen Steinspel und einen Eisenhelm. Ach ja, so lässt es sich leben. Oh Mann! Wo muss ich jetzt hin, Alter? Ich hasse diesen Spiel. Ist mir egal. Warum zocke ich den überhaupt mit dir? Nein, nein, jetzt habe ich verkackt. Ich habe... Ja... Das ist ein bisschen nicht mein Erster. Enttäuscht nicht. Jetzt habe ich verkackt. Vor allem, ich habe sogar den Sprung geschafft, wo ich gesagt habe, den habe ich verkackt. Und dann habe ich bei dem einfacheren Sprung verkackt. Okay, jetzt bin ich der Einzige bei Modul 1. Noob. Selbst Nopo hat es geschafft. Und er hat schon so einen halben Noob im Namen. Also, die Codierung wird gleich richtig abkacken. Bindet euch am besten die Augen zu. Oder verliert sie direkt an Augenkrebs. Nein! Ja, ich ziehe schon mal meine Rüstung aus, ne? Ich werde nicht weiterkommen. Also, ich habe wenigstens schon eine volle Rüstung bekommen. Ich wette, ich schaffe jetzt das Modul... Ich komme jetzt zum Checkpoint. Ja, dann kannst du ja noch die Teste holen. Jetzt bist du bei Modul 9 auf einmal, ne? Ne, wir können ja auf dem Leaderboard sehen, wo er ist. Oder er nutzt die ganze Zeit einfach nur so einen komischen Bug aus. Ich hoffe, du bist nicht... Du bist in T-T... Ja, Team Jump League. Ein Glück, ey. Das hat er schon so oft verkackt. Einmal. Aber dann wurden wir auch fast gewandt. Was? Titus hat schon einmal uns... Also, ich habe einmal mit Titus im Team Jump League... Äh, in Teams Verboten Jump League geteamt. Ich wurde sogar gewandt. Ja, ich nicht. Klick, Spam! Ich habe keine Chance. Es leckt! Ich habe... Junge, ich habe gerade 3 FPS gehabt. Jetzt habe ich wieder 100. Ein Glück, Alter. Was ein Fail. Ach, crap. Der hat einen Bogen. Was? Ich habe einmal zu oft drauf gehauen. Oh, ja, nice. Warum laufe ich so schlecht? Weil du scheiße... Ich habe ihn. Oh, ich habe ihn. Okay, erstmal was... Essen wollte ich sagen. Was seid ihr eigentlich? Es ist noch eine komische Brücke. Titus bleibt stehen. Warte, ich sehe dich. Hier. Warte. Eventuell habe ich noch was für dich. Ja, ein Helm. Wow. Und eine Eisenachst. Wow. Nein, der Kartoffelhextler hat verlassen. Warte, ich komme. Ich helfe dir. Oh, was ein... Das war ein skilliger Anruf. Und ich habe immer noch keine Sound. Es tut mir umglaublich. Ich wollte ihn gerade als Friend adden. Das war aber der geile Name. Ja, dann kannst du ihn doch immer noch als Friend adden. Fuck. Ich komme. Nicht stehen bleiben. Seid sie. Hab sie. Ich habe es verloren. Oder eben, keine Ahnung. Lopo halt. Ey. Yo, wer plantet denn den Tinti hin? Ich habe... Oh, crap. Ich werde jetzt einfach meine Render Distance gnadenlos runterstellen. Oh, snap. Oh, snap. Oh, snap. Alter, was geht denn da ab? Alter, der eigentlich ist... Hä, wie kann der so krass das Sekunden haben? Ich war doch fast genauso weit. Alter. Alter, gibt der Kombos. Alter. Alter, hat der mit der Kombos geblieben. Ich bin doch eh der am schlechtesten Equipte. Fuck, ich bin auch tot. Ah, ich habe noch zwei. Nee, ich nicht. Ich warte. Ich kann mich nicht bewegen. Die Team oder was? Also wir Team auch, aber wir treffen uns irgendwie nicht ganz. Hilfe. Ich glaube, hinter mir ist gleich ein Dreierteam. Oh, crap. Hä, wie kann der mich bitte aus der Range gerade getroffen haben? Das macht gar keinen Sinn. Ja, ich wurde zurückgepackt. Danke. Danke. Jetzt sterbe ich nochmal. Aufgrund von super tollen Bugs. Komm nochmal, Entel. Ja, bestimmt, ne? Ich habe noch drei Herzen, ne? Voll. Das ist nicht wie in League of Legends, wo man mit einer Q einfach alles wegrätseln kann. Ja, super. Auch tot. Hat wirklich viel gebracht. Oh, wow. Wenn ich bis dahin schon tot war. Ganz toll, wirklich. Top Idee. Oh, crap. Alter. Alter, wie viel der aushält. Ich wette, er braucht nur noch einen Hit. Aber jetzt kommt natürlich sein Mate. Ich habe mich sterben gesehen. Ey. Das ist ein dreckiges Team. Ich habe einen. Ich habe einen. Und ich bin... Hilfe. 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 Der ist mega krassig. Ich wette schlafen, glaube ich. Alter, scheiße. Ich habe gerade... Ein... Hilfe. 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 Death Combo. Ease. Hilfe. Ja, ich bin... XI Ease. Ja, hilf mir doch. Ich komme. Zu spät. Ganz toll. Beste Team-Mates mal wieder. Ich bin... Ich bin... Ich bin... Das war ein dreckiges Team. Nichtsdestotrotz. Sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Tschüss.